Hier zunächst der abgefangene Angriff. Birki hat ihn sicher. Und was macht er jetzt? Gündogan. Und dann Birki. Jetzt hat er ein Problem. Eins gegen eins ist kein Dribbler. Glücklicherweise hätte Manuel Neuer eine Nummer draus gemacht. Aber das war schon nicht so schlau, Gündogan am eigenen 16-Meter-Raum anzuspielen. Und Lackic setzt dann nach und sucht seine Chance und findet sie. Und das alles legal und Baderborn führt durch.